Hallo! Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge. Heute mache ich wieder einen Ausflug zum Schrottplatz und dieses Mal suche ich nach Werkzeugen, die einfach noch zu gut für den Müll sind. Und ich will, dass ihr mich begleitet. Lasst uns uns hier mal etwas umschauen und gucken, was wir heute finden können. Was haben wir hier? Ein großer Getriebemotor und nach dem halte ich immer Ausschau und dieser hier ist ganz schön groß und schwer. Ich würde sagen mindestens 80 Kilogramm. Man kann die Größe ganz gut durch die daneben liegende Hantelstange abschätzen. Leider liegt dieser Motor aber schon etwas zu lange hier und weist zu viele Beschädigungen auf. Und dieses Teil sieht mir aus wie ein riesiger Wärmetauscher. Und das erste was mir intuitiv dazu einfiel war, haben die das Teil aus dem Kernkraftwerk ausgebaut? Und es finden sich Beschriftungen hier vorne auf der Seite. DDR meinen die Deutsche Demokratische Republik 1976. Da ich bin mir sicher, dass das Teil total sicher ist und es hier keinerlei Bedenken geben kann. Bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts für Sie zu sehen. Ein weiteres altes Daleks WIC-Schweißgerät und laut Typenschild auch für Wechselstrom WIC, also mit anderen Worten geeignet zum Aluminiumschweißen. Aber leider befindet sich das Gerät hinter einer Absperrung. Wahrscheinlich hat hier schon jemand anderes Interesse angemeldet. Schade. Und was haben wir hier? Eine sehr schwere Maschine. Die Bauart des Motors verrät mir, dass dieses Teil weit über 60 Jahre alt sein dürfte. Möglicherweise sogar ein Vorkriegsbaujahr. Vom ersten Eindruck her würde ich sagen, dass es sich um eine Art Biegemaschine oder Presse handelt. Mit Sicherheit viel zu schade für den Schrott. Aber ich persönlich habe keinen Platz für so etwas. Und was haben wir hier? Eine Drechselbank. Die ist hier erst seit ein paar Tagen. Ansonsten wäre sie viel verrosteter und ich hätte sie dann auch schon vorher hier gesehen. Wenn ich die für ein paar Euro bekommen kann, nehme ich sie definitiv mit. Hier habe ich einen kleinen Schraubstock, den ich ebenfalls auf dem Schrottplatz gefunden habe. Er besteht aus Gusseisen und die Form der Gussteile lässt erwarten, dass es sich um einen ziemlich alten Schraubstock handelt. Der gelbe Lack sieht ziemlich verspielt aus, aber ich bin mir sicher, dass das nicht die Originallackierung ist. Ich persönlich mag das Aussehen von unbehandeltem Gusseisen und deshalb werde ich diese Gelegenheit nutzen, um einen Abbeizer zu testen, den ich bisher nie in meinen Videos verwendet habe. Aber zunächst muss ich den Schraubstock dafür zerlegen. Ich entferne die Backen und inspiziere die Führungen. Kleine Gussteile sind abgebrochen. Ich denke, ich werde später versuchen sie zu ergänzen, aber ich habe gerade nicht das richtige Equipment zur Hand, um Gusseisen hier zu schweißen. Ich trage eine Lage des Abbeizers auf und nach weniger als einer Stunde ist der Lack rund um den Schraubstock bereits aufgebrochen und aufgeweicht und ich kann die Reste ziemlich mühelos mit einer Drahtbürste abtragen. Unter dem gelben Lack finden wir eine zweite graue Lackschicht, die ich als den Originallack vermuten würde. Außerdem sind hier die Buchstaben DRGM zu erkennen. Auf alten deutschen Schraubstöcken und anderen Werkzeugen findet man oft die Buchstaben DRP oder DRGM. Aber was bedeuten sie? Sind dies etwa Herstellernamen? Nein, DRP steht für Deutsches Reichspatent und hier war zunächst das Deutsche Kaiserreich gemeint. Die Bezeichnung wurde aber bis ins sogenannte Dritte Reich weiterverwendet. Aber was bedeutet dann DRGM? Nun, das steht für Deutsches Reich Gebrauchsmuster. Ich bin kein Rechtsexperte, aber ein Gebrauchsmuster wird oft als der kleine Bruder eines Patents bezeichnet oder beschreibt ein Schutzrecht, das keinen vollwertigen Patentstatus hat. Um sämtliche Farbe zu entfernen, muss ich den Abbeizer jedoch zweimal auftragen und sicherstellen, dass wirklich alle Oberflächen abgedeckt sind. Am Ende habe ich dann einen Eimer und eine Bürste verwendet, um alle Lackreste zu entfernen. Diese Methode ist zwar viel weniger stressig als Lackentfernungen mit mechanischen Mitteln, aber auf der anderen Seite verbleibt man am Ende mit einer potenziell gesundheitsschädlichen Mischung aus giftigen alten Farben und den Resten des aggressiven Abbeizers. Und am Ende musste ich dann wieder auf eine Drahtbürste und WD-40 zurückgreifen. Der kleine Schraubstock bekommt dann noch neue Schmiere und einen leichten Ölfilm und ist bereit zum Einsatz. Kein großes Stück, aber sicherlich ein schönes. Dann lasst uns also einen genaueren Blick auf die Drechselbank werfen. Laut dieses alten Aufklebers wurde die Maschine von einer deutschen Firma namens Rotwerk hergestellt oder zumindest vertrieben. Der alte Motor lief mit 230 Volt Einphasenwechselstrom. Die Leerlaufdrehzahl ist mit 2510 Umdrehungen pro Minute angegeben. Dies bedeutet, dass der Motor sich ohne Last so schnell drehen würde. Wie ich aber nachgelesen habe, sind diese einfachen Drechselbänke oft werkseitig eher schwach motorisiert. Es ist also davon auszugehen, dass die Drehzahl im eigentlichen Betrieb früher etwas in die Knie gegangen sein mag. Die Spitzenweite von einem Meter gibt an, wie lang das Werkstück maximal sein könnte. Die Spitzenhöhe ist 17,8 cm. Der eigentliche maximale Werkstückdurchmesser ist nicht mehr zu entziffern. Die Bank hat einen alten An- und Ausschalter, der aber nichts mehr angeschlossen ist. Sowie zwei Schrauben zum Anschluss der Schutzerde, von denen aber eine fehlt. Sowie ein weiterer Sticker, der die korrekte Rotationsrichtung der Spindel anzeigt. Und der richtige Rotationssinn ist wichtig. Unter anderem, weil sich dieses Teil hier losdrehen würde, wenn es sich im Betrieb falsch herumdreht. Auf dem Maschinenbett, der Werkzeugablage, dem Reitstock und an der Spindel finden wir oberflächlichen Rost. Und wie wir schon gesehen haben, ist kein Motor mehr installiert. Lasst uns also in meinen Regalen nach einem passenden neuen Motor suchen. Und ich denke, dass dieser hier passen könnte. Er hat bereits eine Riemenscheibe, die zu den Scheiben auf der Drechselbank passen könnte. Ich beginne nun also die Maschine zu reinigen und fange an mit dem Maschinenbett, das einfach aus normalen Stahl-Vierkantrohren besteht. Eine hochwertigere Drechselbank hätte ein Bett aus Gusseisen. Und ich verwende etwas Schleifvlies, um den Rost von der Spindel zu entfernen. Und dann nehme ich dieses Blech ab, in dem Versuch die Lager zu reinigen und neu zu schmieren. Es ist zweifelhaft, dass dies eine sehr effektive Methode dafür ist. Aber ich werde den Teufel tun, diese Teile weiter auseinander zu bauen, weil ich mir sicher bin, dass ich damit mehr Schaden als Nutzen anrichten würde. Und ich installiere den Motor im Inneren des Gehäuses. Nicht nur, dass der Motor in das Gehäuse passt, er kann sogar mit den alten Montagelöchern befestigt werden. Und sogar der Keilriemen, den ich spontan bestellt hatte, passt sofort. Aber wir haben hier ein großes Problem. Der Motor dreht sich in die falsche Richtung. Aber können wir den Motor nicht einfach in die andere Richtung laufen lassen? Leider ist das nicht ohne weiteres möglich. Es gibt viele verschiedene Arten von Elektromotoren, die sich mit selber Leistung in beide Richtungen drehen können. Eine Drei-Phasen-Asynchronmaschine, wie wir sie in der letzten Folge gesehen haben, kann durch das Vertauschen zweier Phasen in der Richtung umgedreht werden. Wenn sie in der Steinmetzschaltung an Einphasenstrom betrieben wird, kann das Tauschen der Kondensatorverbindungen ebenfalls die Rotationsrichtung umkehren. Aber der hier vorliegende Kondensatormotor, auch Asynchronmaschine mit Motorkondensator, wurde gebaut, um in eine Richtung zu laufen und als rechtsdrehender Motor angeboten. Wenn man den elektrischen Widerstand der Haupt- und Hilfswicklung misst, an der der Kondensator angeschlossen wird, stellt man fest, dass diese nicht symmetrisch sind und ein einfaches Austauschen zur Umkehr der Drehrichtung nicht vorgesehen wurde. Einfach die gesamte Drechselbank umzudrehen, sodass der Reitstock links stehen würde, ist auch keine Lösung, weil sich dann immer noch mechanische Teile an der Bank befinden, die sich dann losdrehen würden. Ich habe also einen anderen Plan entwickelt, den Motor andersherum installieren. Aber leider lässt sich die alte Riemenscheibe nicht einfach in die Mitte der Spindel verschieben, weil ihr Innendurchmesser viel geringer ist als der Durchmesser der Welle im Inneren des Gehäuses. Ich habe mich daher für eine viel kompliziertere Lösung entschieden, die jedoch einen anderen großen Vorteil hat. Der Motor wird hier draußen installiert und gleichzeitig wird aber dafür ein neuer Rahmen gebaut, der die Stabilität der Drechselbank enorm erhöhen wird. Ich habe nun also zwei Vierkantrohre ausgewählt, die ich unter der Drechselbank befestigen möchte, um die gesamte Struktur zu versteifen. Eine Anzahl von Löchern wird nun in die Rohre und auch in den alten Rahmen gebohrt. Und hier verwende ich dafür die alte Metabo-Bohrmaschine, die ich im letzten Video repariert habe. Sie macht sich bereits nützlich hier in der Werkstatt. Nun werden einige Edelstahl-Gewindestangen zurechtgeschnitten und durch die Rohre durchgeführt. Temporär durch etwas Klebeband festgehalten, werden sie mit dem Wickschweißgerät oben ganz leicht festgeheftet. Und dann auf der Unterseite fest mit den Rohren verschweißt. Hier werden später Muttern aufgeschraubt, die das Blech an den Rohren festziehen werden. Überstehendes Material wird mit dem Winkelschleifer abgetrennt und dann zwischen den Längsrohren verschweißt, um die Stabilität des Rahmens zu erhöhen. Von diesem Zeitpunkt an habe ich für dieses Projekt statt Wick nur noch das MIG-Mack-Schweißverfahren verwendet, nachdem ich die letzten 5 Jahre so gut wie alles mit Wick gemacht hatte. Und ich habe mich immer noch nicht wirklich daran gewöhnt und habe auch immer noch nicht viel Übung mit Mack. Aber wenn man das in Betracht zieht und die Tatsache, dass ich ein über 50 Jahre altes Schweißgerät verwende, das ich von einem Haufen Schrott wieder in eine funktionierende Maschine umgewandelt habe, sind die Schweißsnähte schon ganz okay, würde ich sagen. Die Videos, in denen ich das Schweißgerät repariert habe, sind übrigens in der Videobeschreibung zu finden. Um ein Motorgehäuse zu bauen, das den neuen Motor oder möglicherweise einen anderen Motor, der besser für die Geschwindigkeitsregelung geeignet ist, halten wird, verwende ich Stahlplatten, die ich ebenfalls vom Schrottplatz mitgebracht habe. Nachdem ich den Lack von einer Seite entfernt habe, verwende ich einen Marker, um die Umrisse zweier neuer Teile aufzuzeichnen und ich schneide sie aus mit einer Trennscheibe. Dies werden die Seitenwände des neuen Motorgehäuses. Mithilfe der Standbohrmaschine werden Löcher in die Platten gebohrt und eine gewöhnliche altmodische Pfeile wird benutzt, um das verbleibende Material zwischen den Löchern zu entfernen. Dies wird nötig sein, um Spannung auf den Keilriemen zu geben. Aber es befindet sich noch Lack auf der Rückseite und da die Oberfläche hier so uneben ist, versuche ich es hier mit Abbeitzer anstelle von mechanischen Methoden. Nach ein paar Stunden kann ich die oberen Lackschichten halbwegs einfach mit einer Bürste und einem Lappen entfernen. Um alle Lackschichten abzutragen, musste dieser Vorgang noch einmal wiederholt werden. Diese Methode funktioniert hier schon ziemlich gut, aber sie hinterlässt eben auch eine unschöne Mischung von Chemikalien, die man dann eben auch richtig entsorgen muss. Und nachdem ich die mühselige Tätigkeit des Handpfeilens beendet habe und die Löcher sich in der richtigen Größe und Form befinden, werden die beiden Seitenwände mit Winkelstählen, die ich bereits vorbereitet habe, verbunden. Die Teile werden gründlich miteinander verschweißt und unter anderem kommt dafür dieser verstellbare magnetische Winkel zum Einsatz. Und nun kann ich den Motor zum ersten Mal in der richtigen Orientierung installieren und testen. Als nächstes wird das Gehäuse mit Stahlblechen verschlossen. Und ein solches Projekt ist für mich perfekt dafür geeignet, das Mackschweißen etwas zu üben und das Gerät richtig einzustellen. Ich habe dieses Schweißgerät zum Beispiel noch nie benutzt, um dünne Bleche damit zu schweißen. Es fehlen immer noch einige Teils wie Lack und Lüftungslöcher, aber ich stehe hier auch unter einem gewissen Zeitdruck, das Video zu veröffentlichen. Und daher gehe ich direkt dazu über, den Rost von der Ablage und dem Reitstock zu entfernen. Und ich denke, es ist nun Zeit für einen Test. Und ich denke, es ist nun Zeit für einen Test. Nun, ich bin kein Drechsler und dies ist das erste Mal, dass ich mich jemals daran versuche, aber in meiner bescheidenen Meinung funktioniert diese Bank ziemlich gut dafür, dass ich sie gerade erst vom Schrott gezogen habe. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, besonders auch in deutscher Sprache, dann gebt dem Video bitte einen Daumen hoch und hinterlasst einen Kommentar. Ich brauche da noch etwas Feedback. Da die deutschsprachigen Videos immer ein oder zwei zusätzliche Tage Arbeit bedeuten, weil das Video komplett neu geschnitten werden muss, weil die deutsche Sprache eben einfach ein anderes Tempo hat als die englische, aber diese Videos nur sehr wenig Geld einbringen, fände ich es auch nett, wenn ihr den Kanal unterstützen würdet. Ihr könntet dies zum Beispiel über Patreon oder Paypal tun. Links dazu sind in der Videobeschreibung zu finden. Bis bald.